Okay Gut, dann, let's go Nesse Petscher Mich bitte aufschießen, genau, danke Dann war's nochmal So, jetzt kommt der Scorch Die Fläche wird jetzt ein bisschen blöde liegen, aber es geht noch Krass Da ist die erste Fläche Da ist die raus Genau, und jetzt wird die zweite Fläche hier ein bisschen weiter hinten entstehen Flamejet abbrechen So William in Top Die ist bisschen an Da kommt jetzt die zweite Fläche Mir ist fast ein bisschen auch Und ich ziehe ihn jetzt wieder zurück Wobei ich kann ihn auch hier ein bisschen entlang ziehen Das geht halt Damit sogar besser, wenn man so spielt Flamejet abbrechen Ich verriert im Top So, hier ist die dritte Fläche jetzt Ich verriert im Top So, hier ist die dritte Fläche jetzt Ah, jetzt wieder am Top Et Nächste Fläche ist da Die Leute auf dem Fall sind gerade genug Flächen zu flamen Und dann wird das besser Flamejet abbrechen Gute jetzt besser Flamejet abbrechen Fliegel Hier entsteht gleich ne neue Fläche bei mir Das ist ja so kacke, ey. Ja, da hast du nichts treffen. Gehe hier noch einmal hin, dann jetzt zurück. Wo ist Bruso drin drin? So. Das ist da. Dann gleich abbrechen. Hier ist Topf. Der hat geht nicht. So, nichts flaschen. Chainsets abbrechen. Praktisch Topf. Ja. Der hat die Fläche. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Genug flaschen da. Gehen hat PI. Pain Suppression. Ich glaube aber Quatsch. Das ist apropos. PI sollte ich mal aufmachen. Halt dich Simburg. Alles gut. Ich hab dich. All die Tanks. Links abbrechen. Ja. Abbrechen, abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Ja. Aber da liegt doch. Nur konzentrieren. Oh. Er ist so bereit. D. Woll topf. Abbrechen. Ja. 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 Man lebt nicht mal. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Sehr schön. Easy. Good job. Sehr, sehr schön.